Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns hier gerade auf Rishi und wollen hier die Schlacht von Rishi, den Story Flashpoint, angehen. Wir sollen erst mal mit Jervo Wop sprechen, das machen wir jetzt mal. Okay, Einzelspieler Modus Start. So, da haben wir dann auch schon den Auftrag, den Flashpoint hier abzuschließen und wir betreten das Ganze einmal. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr mich empfangt, aber ich bin angekommen. Wir empfangen euch. Ja, die Schlacht von Rishi startet. Wir haben wieder unseren Druiden mit dabei. Mal gucken, da kommt er. Natürlich erstmal mitkommen hier. Der Störer ist in Sicht. Perfekt. Und ich habe gerade den Jackpot geknackt. Eine umfangreiche Liste der Revanita-Verräter in beiden Flotten. Ich versuche euch hindurch zu helfen, so gut es geht. Aber dieser Signalstörer könnte mir ein paar Problemen suchen. Okay, schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja auch diesen Signalstörer und können den ausschalten. Erstmal sollen wir hier das Revanita-Lager erreichen. Die stimmen ja wie die Fliegen hier. Das gefällt mir. So, zerstören die Revanita-Vorräte im ersten und im zweiten Lager jeweils drei Stück. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Es ist immer schön, gegen ein paar Revanita-Vorräte zu kämpfen. Da haben wir schon mal die ersten Vorräte. So, gucken wir mal, wo hier noch welche sind. Okay, hier im näheren Umkreis auf jeden Fall. Hier oben sind schon die nächsten Beinen. Dann hätten wir das erste Lager schon mal gesäubert. So, ich werde das erste Lager schon mal gesäubert. So, das war das erste Lager. Das zweite müsste dann gleich bestimmt hier auch irgendwo kommen. Schauen wir mal, wir müssen eh hier lang. Da hinten. Da sehe ich schon die ersten Vorräte. So, wir müssen hier. Ja. 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 so nicht vergessen da sind zwei vorräte dann würde ich hier hingehen verschafft die zugang zum eingezäunten bereich ja gucken wir mal also hier hinten ist es ok transportmittel kann wir nicht verwenden deswegen müssen wir uns dann wahrscheinlich hier kommt der gerade gelegen ich wollte gerade schon zu euch so hier ist der eingezäunte bereich schauen wir mal was uns hier erwartet das sieht mir ganz nach der falle aus und marco k also der erste kampf hier im flash point noch mal neu gestartet okay wir haben auch unseren ruinen gar nicht mit dabei irgendwas stimmt hier nicht wenn der andere das wird hier eingesperrt sind und nichts mehr machen können da hat der andere wieder ach so der macht sich vermutlich unsichtbar oder so was leute jetzt bringt das war's ich habe einen kleinen disconnect und hier der raufbuch ist wohl schon tot keine ahnung wie aber wir scheinen es überlebt zu haben und hier marco k ja ich weiß es auch nicht war schrift unsichtbar ich bin ein wenig weg gegangen hier von dem ort und dann ging es auf einmal ok jetzt ist er gerade wieder weg ich hoffe nicht dass das so bleibt ne ok da macht es scheinbar unsichtbar zwischen durch und am anfang da wohl irgendwie ja der hart oder so keine ahnung er ruft sie haben wir so unterstützung zu ihnen herbei die heilen den wohl also mal schnell zerstören die dinger hier können wir wahrscheinlich auch gegen an hauen aber besser sehen ja dass er sich halt nicht heilen kann dass wir das hier auch gleich noch mal unterbrechen wenn er das casten sollte warum kann ich das sind ja eigentlich nicht kassel irgendwie aus aber auch keine so wahrscheinlich immer random unterstützungs treten ok die holen rein aber verschwinden nach einer zeit auch wieder das ist gut so und wir haben ihn gleich dann haben wir hier den ersten box geschafft so benutzen den aufzug aber natürlich schnell weg hier aber so 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 Okay, ihr seid drin. Zwischen euch und dem Störer befindet sich ein Kraftfeld. Ihr müsst ein paar Sicherheitscodes besorgen, um es passieren zu können. Das Signal bricht gleich ab. Wir hören uns, wenn ihr den Störer langbringt. Ja, ich gucke noch mal kurz. Die Cam scheint ein bisschen falsch zu sein. So, jetzt müsste alles wieder stimmen, dass es anständig abschließt. Ja, Hunker die erste und zweite Zugangsstation. Müssen wir mal gucken, wo sind die denn überhaupt? Hier in dem eine Anlage drin hier. Gucken wir mal, ob wir an dem vielleicht vorbeikommen. Was ich fast nicht glaube. Ah, hat geklappt. Ja, komisch. Manchmal denkt man, man hat super viel Platz und kann dran vorbei. Dann kommen sie in den Kampf. Und manchmal denkt man, ja, das klappt bestimmt nicht. Und dann klappt es. Wie das immer so ist, ne? So, hier haben wir die erste Zugangsstation, die wir ausschalten müssen. Beziehungsweise hacken. Schöner Thron hier oben. Der erinnert mich an unser neues Gefährt. So, könnte natürlich sein, dass wir jetzt kämpfen müssen. Hat auch geklappt. Sehr schön. So, wir laufen zur nächsten Anlage hier unten. Folgen einfach mal dem Weg. Dann sollte das kein Problem sein. So, wir laufen zur nächsten Anlage hier unten. Okay, da steht wieder einer, da kommen wir nicht dran vorbei. Den muss man nochmal ausschalten, dann seine Truppen hier. Oder. Okay. 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 so liebe leute ich glaube die aufnahme heute steht unter keinem guten stern ja schon der zweite abbruch in kürzester zeit wir hoffen mal dass jetzt alles stabil läuft ja wir hacken hier die zweite zugang station und schauen was passiert wo wir als nächstes hinmüssen ok schauen wir mal was hier draußen jetzt noch los ist da müssen wir als nächstes sind ja hier gibt es so einen zwischengang dort würde ich dann einmal lang gehen einfach dem fluss folgen dann müssen wir da eigentlich hinkommen noch mal ein bisschen baden gehen hier so wo ist denn eigentlich unser druide den sollen wir vielleicht auch noch mal dazu holen dann ist das alles ein bisschen einfacher für uns so ist er da gut dann los so sehr schön dann wollen wir immer rein und das kraftfeld deaktivieren schöne rivanita statue hier hinten in der ecke so 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 konsole für das kraftfeld ok und nun verschafft die zugang zum eingezäunten bereich ein weiterer eingezäunter bereich im ersten hatten wir den ersten boss kampf der ja auch leider so ein bisschen unterbrochen wurde ich hoffe dass jetzt beim zweiten boss kampf das alles ein bisschen stabiler ist ja kann mich nur dafür entschuldigen leute ok hier geht es weiter schau mal was da oben los ist lohnt sich auch mal nach oben zu gucken ok luft abwehrzone und hier ist der zweite eingezäunter bereich und da sehen wir schon erwartet jemand meister ober und laute wort ja einmal ein jedi und einmal ein ciss den jedi sparen wir uns auf kümmern wir uns erstmal um den ciss der sollte nicht überleben dürfen hier was du kannst können wir auch was um Ja, nehmt. Google Blitz, hier sollten wir vielleicht ausweichen. Ich weiß nicht. Ja, komm, lass uns mal los. Steh auf, Thario. Du wirst gebraucht. So, unsere zweite Ladung an Helm-Moment-Fähigkeiten. Schmeißen wir auf den Meister. Oh, bei. Programmieren wir die Luftabwehrkanonen um. Okay, da können wir jetzt auch wieder raus, aber wir wollen natürlich weitergehen. Hier oben sehen wir es schon. Das ist eine riesengroße Luftabwehr. Ja, da tobt ein großer Krieg. Ja, wir wollen natürlich die Geschütze auf die republikanischen Schiffe feiern lassen. Wir tun alles dafür, um die republikaner irgendwie zu dezidieren. So, wir betreten tatsächlich diesen riesigen Turm hier, den wir schon im Umland gesehen haben. Vermutlich wird Rewon sich hier irgendwo drin aufhalten. Ich bin mal gespannt. Ja, schaltet aber auch gerne wieder ein. Wir sind schon wieder am Ende angekommen, wenn es hier weitergeht mit dem Story-Flashpoint. Ich hoffe, dass jetzt alles stabil läuft und wir keine Probleme mehr haben, den Rest hier zu erledigen. Ja, wie gesagt, dafür kann ich mich nur entschuldigen. Natürlich ist nicht mein Anspruch, so viele Katzen drin zu haben und Abbrüche, sodass man die Kämpfe vielleicht gar nicht bis zum Schluss verfolgen kann, so wie beim ersten Bosskampf. Ja, ich globe Besserung und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, liebe Leute. Bis dahin, liebe Leute.